Wer wie was? Welche Partei hat die letzte Wien-Wahl gewonnen? Rot, Blau, Grün, Schwarz oder Pink? Kaum zu glauben, aber die meisten Stimmen hatten noch vor der SPÖ mit einem Viertel die Nichtwahlberechtigten. Das sind mehr als 380.000 in Wien lebende Personen über 16 Jahre, die zum Teil hier geboren sind, aber aufgrund fehlender Staatsbürgerschaft kein bzw. ein eingeschränktes Wahlrecht haben. Das heißt, mehr als die Gesamtbevölkerung der beiden größten Stadtbezirke können bei wichtigen politischen Entscheidungen nicht mitbestimmen. Im gesamtösterreichischen Kontext sind 13% der Bevölkerung bei bundesweiten Wahlen ausgeschlossen. Tendenz steigend. Politische Teilhabe darf nicht zu einem Exklusivrecht werden. Sie dient der Identifikation mit dem eigenen Lebensumfeld. Es ist besonders für die Entwicklung junger Menschen wichtig, sich als Teil einer Gesellschaft zu erleben. Um dieses Wir-Gefühl zu stärken, fordern die Wiener Jugendzentren, dass der Zugang zu Wahlrecht und Staatsbürgerschaft den gesellschaftlichen Bedingungen angepasst wird. Zwei Ansätze würden das Problem entschärfen. Eine Ausweitung des Wahlrechts auch für Drittstaatsangehörige. Eine Erleichterung beim Erlangen der Staatsbürgerschaft. Nur ein Beispiel dazu. Nach derzeitiger Regelung haben etwa 30 bis 40% der Arbeiter und 60 bis 70% der Arbeiterinnen in Österreich weniger Einkommen als für die Verleihung der Staatsbürgerschaft notwendig wäre. Länder wie zum Beispiel Schweden, Finnland, Niederlande, Belgien, Deutschland und Portugal haben bereits Anpassungen getroffen. Ein Wiener Vorstoß in dieser Sache wurde vom Verfassungsgerichtshof wieder aufgehoben. Beschweren wir uns nicht über zu niedrige Wahlbeteiligung. Erhöhen wir die Anzahl der Wahlberechtigten. Und zwar nicht nur in Wien, sondern bundesweit. Initiative Wahlrecht Und zwar nicht nur in Wiener Vorstoß.